Das sieht ja auch total komisch aus. Ich bin nur ein bisschen verwirrt. Kommen wir ins Hauptmenü? Könnten wir mal kurz gucken, was die Einstellungen sagen? Passwortanzeige. Ach, sehr schön. Hat man ja schon länger nicht mehr. Erstens. Vollbild haben wir eigentlich. Auch die Auflösung müsste stimmen. Aber ne, jetzt scheint alles zu passen. Okay, ich hab's richtig angepasst. Die Zwischensequenzen. Auf jeden Fall. Das ist eigentlich eigentlich schon gut eingestellt, denke ich mir. Es sei denn, es ist jetzt noch zu laut für euch insgesamt. Ein bisschen so. Ja, IKMT Punkt. Achso, nee, das stimmt schon. Ja, dann würde ich einfach anfangen mit einem neuen Spiel. Ein kleines Experiment. Klick. Anna! Anna! There you are. Anna, it's already growing dark. You know how I feel about you being out at night. Grandpa, I'm fine. I was just finishing the chores around the farm. Oh, my dear. You needn't do so much. Come inside. Rest. It's fine, Grandpa. I like helping out around the house. I'm not so little anymore, you know? Ah, yes. Quite right. Quite right. And I was thinking, well, maybe, maybe next week, instead of you, I can go sell our crops in the village. No, 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 that is for me and me alone. I'm sorry, my dear. It's just the things that are out there. Promise me you won't ever venture out into those woods. I, I promise. Good, good. And when I do go, you must always remember however near or far we may be. In our hearts, we carry our family. Ah, wie süß. Ach, das sind doch Standardhaare. Standardhaare. Das ist ein Teil, das begann in a number of places, as many often do. Es begann once with two sisters in a far away school, where children were cruel and misunderstood all the same. Today, however, it begins in a deep, dark wood, where a very special girl indeed was about to begin a long and perilous journey. Dup, 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 dup. Ich bin wirklich auch gespannt, wie, also was das Spiel alles so zu bieten hat. Ich habe es mir leider auch erst für eine Weile gekauft und ich spiele ja eigentlich in der Regel schon alle Spiele von Daedalic, also muss ja halt auch mal sein. So viele müssen als Anna. Anne? Anna. Once upon a time, there was a girl named Anna who lived with her grandfather in a deep, dark wood. He told her of all the evils that lurked outside the safety of their humble farm and warned her never to venture far. One night, however, the grandfather grew suddenly ill, yet he insisted Anna promise not to enter those woods. Her love for him was so strong that she could not, and at once set out on her ill-fated quest for a cure. The brave girl traveled cautiously into those woods, wary of all the stories her grandfather had told her. Careful as she was, however, a wicked old witch, filled with the most evil of intent, followed her from dark and foggy shadow. The old woman snatched the girl away, and in the darkest corner of those cursed woods, she locked her in a great tower. The witch, you see, had plans for the girl, but the girl had an unwavering determination to save her beloved grandpa. The hardstyle? Warum nie? Welches Spiel denkst du gerade? Aber ich bin mal gespannt, wie sehr wir hier gefordert werden. Kapitel 1, ein kleines Experiment. Darf ich mal eine Suppe essen? Ach so, okay. Ja, wobei ich aber sagen muss, die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus. Ich hab gesagt, mit dem Teddybären. Eine Lösung schon beöffent? Ja, weiß nicht. Also die Sache ist ja wieder wie... Ein bisschen kann ich mich hier erstmal einspielen und dann vielleicht beim nächsten Mal. Ja, Tutorial erstmal, um zu gucken, wie genau hier was läuft. Ähm. Oberen rechten Bildschirmrand sind schon mal die Tutorial-Dachrichten. Danke. Anna wurde gebeten, näher zu kommen. Klick, klick. Klick, klick schon mal hin. Schaff ich auch ohne eine Lösung. Hm. Der generell kleinen Körper ist, ich glaub, das passt schon. Der Kopf ist halt insgesamt ein bisschen größer, damit's niedlicher ist. Was für Übungen. Ich bin schon in der Ecke sitzen. So, so. Ich bin doch schon wirklich schon voll lieblich, aber... Hm. Klick geht an, nun hinter Giere. Stuhl. Funktioniert schon mal. Weil die Pony ja viel schlimmer. Ah nein, da ist ja so ein Haar-Ding. Haartrockner. Oh Gott, das macht sie mit uns. Sie sah wohl unsere Kindheit aus uns hinaus. Was ist da drauf? Wie drauf? Gut, das geht. Was für Kräfte. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Äh. Sowas wie sich gleichzeitig den Kopf patschen und den... ... Bauch reiben? Was? Oh Gott! Ich weiß, was du hast? Ich weiß, was du hast. Wenn er hat, dann pääst du es! Er, danke. Unser Opa etwa? Ach, deswegen das kleine Experiment. Das lässt sich verbiegen. Nichts, außer der Sponbindung. Okay. Wie haben die das immer gemacht bei Uri Geller? Ach, hat Steinschalom oder sowas? Um den Löffel aufzunehmen, musst du ihn erstmal finden. Eine Hilfe, um interessante Objekte zu finden, ist die Hospitaster. Genau, aber... Ach, die Mausrad. Okay. Äh, ne, mit dem Mausrad komm ich jetzt über den Tar. Ah, gedrückt halten, okay. Lass es mal ansehen, bevor ich sie aufhebe. Mit dem Rechtsklick. Geht das hin? Ja. Ja, genau. Jetzt kann ich den Level N sein. Sehr schön. Eine Primäraktion. Finde ich gut zu verteilt, weil ich meine, mehr muss man ja im Grunde auch nicht machen. Genau, das hab ich schon rausgefunden. Das gibt's hier. Er hat eine besondere Fähigkeit. Telekinese. Diese hilft dir, entfernte Objekte zu benutzen oder zu manipulieren. Um anders Telekinese zu aktivieren, benutze das Gehirn-Icon am unteren Rand des Bildschirms. Um die Telekinese auf den Löffel anzuwenden, aktiviere die Kraft und interagiere dann mit dem Löffel. Ich bin ein Zauberkind. Eif, wir sind reif. Wir sind nicht alt. Ich bin ein Zauberkind. Ich glaube nicht. Was, was hast du gesagt? Was ist passiert? Was ist passiert? ...belst mir mit den Zauber? Ich habe den Zauberkind! Wauw! Steht voran, Kinden. Ich kann nicht verstecken. Das funktioniert. Das funktioniert. Ich habe den Zauberkind. Für mich zeigen. Ich bin zu klein, ich kassere Anspruch. Ja, wird sie. Sie wird uns an ihren Zauberstab binden. Das heißt, wir haben Zeit auszubrechen. Okay, wir gehen. Du darfst den Besen stecken. Warte, ist Jugendfrei. Vergesst es. Vorne anbinden, so. Oha, sieht aus, als wenn der Teddy sprechen kann. Versuch mal ein Gespräch mit jemandem zu fragen. Was ist das? Was ist das? Die kann mehr als nur Telekinese. Ich habe von echt recht mit dem Teddy gesprochen. Äh, welchen geht es? Achso, ja. Das ist, wenn ich mir immer irgendwas sage, woran ich nicht gerade dran denke und dann... Ich muss mich daran erinnern, was ich mir wieder gesagt habe und ich merke das ja wie immer nicht. Ben? Bern? Berschen? Oh, warte! Berschen? Es ist Ben! Es ist Ben! Wow! Ich erinnere mich! Du... Hast du Probleme erinnern, Dinge zu erinnern? Oh, ja. Alles von vorhin. Ich war nicht immer so... Das. Nicht immer ein Bierchen. Oh, Anna! Das ist schlecht! Bääd! Was ist sie planing? Well, I'm not sure, but it's bad. It's very bad. Just look at what she's done to me. And with that power of yours, she wants to take it from you somehow. Ich bin sicher davon. Was bedeutet, nicht immer so? Ich bin wirklich so wie du, Anna. Du bist eine Mädchen? Oh, yuck! Ich bin nicht eine Mädchen, schluss. Ich bin ein Junge. Ich war ein Junge, als die alte Frau mich hierher gebracht hat. So. Oh Gott, was ist denn da so ein Junge bei mir drin? Aha. Ja, das stimmt. Äh, wie lange ist er schon hier? Es ist vielleicht gar nicht mehr, ne? Ja. Ich bin wirklich sicher. Aber es fühlt sich sicher wie lange Zeit. Sehr, sehr lange Zeit. Ich sage euch, ich war so glücklich, wenn du gekommen bist. Nein. Aber hat die Puppe eigentlich dasselbe Kleid an wie wir? Ich glaube, es ist. Ich glaube, es ist. Ich glaube, es ist. Ich glaube, es ist, Anna. Gut, dass sie halt irgendwas im Halten hat. Es ist okay, Ben. Ich werde zu fliegen. Well, wir werden zu fliegen. Wir werden zu fliegen. Ich werde dich mit mir nehmen. Oh, ich wusste es, Anna. Ich wusste es, Anna. Ich wusste es. Oh, aber wie werden wir zu fliegen, Anna? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich wusste es, wenn ich meine Kraft nicht richtig finde. Oh, ja, ich wusste es. Das ist unglaublich. Du bist so kläf. Ja, also. Ich wusste es, ich habe jetzt die Spoon. Aber es ist, dass ich dass ich nicht wirklich so viel Quite sehr kürgerisch bin. Wenn ich diese Maschin mal versuchen, vielleicht kann ich sie stärken und... Oh nein, Anna. Du kannst nicht. Es zu gefährlich ist. Es ist so gefährlich. Es ist so kabel und Licht. Aber ich bin. Zufu gehen. Hä? Kann die grad nicht so wirklich folgen? Anna? Ich glaube sie wird nur das blaue Licht haben. Oh, das ist so spannend! Außer die Sachen auf dem Tisch. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber es ist sehr... ...hypnotisch. Dun 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 dun. Auf der unteren Hälfte gibt es noch mehr Button und Kontrollen. Aber ich kann es nicht mit diesem Cover aufkommen. Hm. Ah. Ob wir das direkt abkriegen? Äh... Nein. Ich will auch versuchen, die Cover auszupacken, aber ich weiß nicht wirklich, wie diese Telekinesis... Achso, na gut. Dachte schon. Die gute alte Shira halt. Alles klar dann. Und noch die guten Löffel. Aha! This might be pointy enough to get under the cover and pry it off. Let's see. Hm. No. The scissors seem to be a little too thick to get under the cover. That's a good idea though. Is there anything else around that has more of a point on it? Vielleicht einfach den Löffel? Halt. Guck mal her. Ich weiß halt nicht, wie dick die Löffel sind, aber ich würde es meinen, zum Beispiel immer unter die Dosen zu kommen. Hm. No. There's no way I can fit the spoon under the cover. That's a good idea. Und mein Lieblingseinhorn. Was ist denn das für ein Dreck? Gucken wir jetzt mal in die Kiste. Was ist denn hier los? Da ist mal alles zugeschlossen. Hm. Nope. Still locked. Oh, jeez. It's stronger than it appears. Jetzt schnecke ich mit ein Blickchen. Das Bild können wir gar nicht angucken. Die Puppe. Die Frage ist halt, was ist noch spitzer? Was ist die Schere? Mal Sachen eingesteckt. Ähm. Gute Güte. Ach. Okay. Äh. Wir können es auch noch kombinieren. Wie Schere und Ball. Äh. Aus welchen kranken Gründen sollten wir sowas machen? Ja. Das könnte funktionieren. Ich hab tatsächlich schon mal dran gedacht, aber... Nur weil ich wahnsinnig bin. Äh. Okay. Ich bin gerade schon wieder verbühlt. Wir haben jetzt noch einen Stift. Farbe. Also blau. Wir haben gelb. Wir haben den halben Ball. Gute halt ein Helm. Gute sein. Ich verstehe noch nicht, was die Farben sollen. Dass das hier rot ist. Blau, grün. Drei Sachen. Können wir mit dem einen Hund sprechen? Nein. Gute. Aber ich denke, ich werde ihn, wo er ist. Hm. Kann man da nicht was abschneiden? Ich muss den Umgang rausbasteln. Sie ist wahnsinnig, dass sie uns eine Schere gegeben hat. Oh. Okay. Okay. Naja. Ich glaube, es ist immer noch dieselbe Nacht, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt schon länger hier ist. Sie meinte ja, für die Übungen musst du da immer hier rein, aber... Also doch die Abdeckung, die Abnuss. Hä? Spitzesachen. Ben? Hast du irgendwie zufällig ein Messer dabei? Okay. Okay. Keine große Hilfe. Äh. Ja, aber U-Zeit sagt, das ist Schluss. Vor allem, weil ich die U-Zeit an dem normalen Wecker schon gar nicht mehr sehe gerade. Es wird mir grad zu dunkel hier einfach. Von daher, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Nacht und wir sehen uns dann morgen wieder. Also bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.